Einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist Carsten Nexer und das hier ist der Gründertalk. Und ihr habt uns gefragt, wer sind eigentlich die Unterstützer von Gründen in Würzburg? Und wir wollen die euch mal vorstellen. Wir haben euch schon vorgestellt, Gunter Schunk und Jan Wiesner. Gunter Schunk von Vogel Media, der wirklich einer der aktivsten hier in der Runde ist. Und wir haben euch vorgestellt, Jan Wiesner, der ja immer den Gründerstammtisch hier in Würzburg organisiert. Und heute, und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich endlich mit ihm sprechen kann. Wir haben gefühlt zwei Jahre geplant, dieses Interview. Aber heute hat es endlich geklappt und das ist wirklich eine tolle Sache. Christian Andersen vom ZTE, vielen, vielen Dank, dass du dir, man kann schon sagen, du spontan die Zeit trinkommst, um mal so ein bisschen Gründertalk zu machen. Also vielen, vielen Dank für die Zeit. Du unterstützt ja auch, kann man wirklich sagen, Gründer in Würzburg eigentlich vom absoluten Anfang an. Du warst von Anfang an mit dabei. Warum eigentlich? Warum hast du dir gesagt, hey, Gründer-Account, ein bisschen was machen? Was war deine Motivation? Ja, also weil ich seit mittlerweile 2007 selber Gründer unterstütze. Und dann war klar, ich unterstütze auch ein Gründer in Würzburg. Ich war ja erst an der Uni, habe da vier Jahre die Gründerberatung aufgebaut, danach am IGZ bis 2000. Das ist das Innovations- und Gründerzentrum. Genau, das Innovations- und Gründerzentrum. Der Kollege Gerhard Frank kommt hier sicherlich auch noch mal vor die Kamera. Ja, auf jeden Fall. Und seit Mitte letzten Jahres bin ich ja mittlerweile beim ZDI, dem Zentrum für digitale Innovation in Main-Franken, das quasi der Stadt untergeordnet bin. Also ich bin jetzt Angestellter der Stadt Würzburg und in der Funktion letztendlich dann für das ZDI zuständig. Und unser Job ist es, Gründer zu schaffen. Dann gleich meine Frage an dich, was genau macht ihr dann? Also wie unterstützt ihr Gründer jetzt beim ZDI? Vor allen Dingen auch dann in dem Zusammenhang die Frage, was genau ist eigentlich das ZDI? Ich meine ja, Zentrum für digitale Innovation in Main-Franken, das klingt ja wirklich so, also boah, da kommt jetzt was. Ist das wirklich so oder was genau passiert und wie unterstützt ihr den Gründer? Genau, also es sind zwei Fragen. Ich mache erst mal eine Kurzvorstellung, was das ZDI überhaupt ist. ZDI geht zurück irgendwie auf eine Initiative vom Freistaat Bayern, wo letztendlich Frau Aigner einen Topf mit 80 Millionen aufgemacht hat, um in ganz Bayern digitale Gründerzentren zu schaffen. Da habe ich dann mit Gerhard, also meinem ehemaligen Kollegen aus dem IGZ, dann gesagt, Menschen wie mir schreiben mal einen Antrag für Unterfahnden. Haben dann auch, wie gesagt, den Zuschlag dafür bekommen. Genau, war erfolgreich. Und genau, was erfolgreich ist, kommen Fördermittel dann nachher letztendlich hier für Main-Franken. Aschaffenburg ist irgendwie bei unserem Antrag ein bisschen ausgeschert. Also wir wollten wirklich tatsächlich einen ganzen Antrag für ganz Unterfahnden schreiben. Aschaffenburg ist, wie gesagt, mir ausgeschert. Die kriegen ein eigenes Gründerzentrum, was jetzt nicht beim ZDI angesiedelt ist. Aber wir haben mit Bad Kissing und Schweinfurt irgendwie zwei Vertreter, die dann auch in der Region praktisch das ZDI repräsentieren und da Anlaufstellen sind. Und hier in Würzburg bauen wir tatsächlich was. Das wird ganz spannend. Also ZDI gibt es schon seit Anfang 2017. Also wir haben schon angefangen auch mit Veranstaltungen. Aber das Gebäude wird jetzt dann letztendlich am 9. Mai von Frau Aigner eingeweiht werden. Das ist oben am Hubland, auf dem Gelände der Landesgartenschau, entsteht ein Cube, wo das Gründerlabor drin ist. Das ZDI hat insgesamt hier am Standort drei Bausteine. Zum einen nehmen wir das Ideenlabor. Das kommt in den alten Tower. Das wird dann im Juni wahrscheinlich fertig werden, sodass wir da dann aktiv starten können. Der Gründer-Cube wird ein bisschen vorher fertig. Und das dritte Bauteil ist der Inkubator. Was dahinter verbirgt, erzähle ich kurz mal. Das Ideenlabor am Tower. Da wollen wir Leute zusammenbringen, um Ideen zu generieren, neue Gründungsideen zu generieren. Das machen wir viel mit Designpicking. Das ist ja auch Methode, wie wir sehr kundenspezifisch, sehr kundennah neue Produkte entwickeln wollen. Da haben wir im ZDI auch zwei Designpicking-Experten eingestellt, die letztendlich diese Workshops dann durchführen. Wenn da eine Idee rausgekommen ist, dann geht es darum, Mensch Leute, macht mal irgendwie und setzt das einfach mal um. Und da sollen Sie dann quasi in den Cube gehen, mit dem Gründer-Labor drin. Da finden Sie die Infrastruktur vor, die Sie brauchen. Sei es sowieso eine Mechanikwerkstatt, eine Elektronikwerkstatt, additive Fertigung, Video-Audio-Werkstatt. Und dann auch Coworking-Plätze, wo Sie einfach Platz haben, sich mit Ihrem Laptop hinzusetzen, wenn es nur eine App ist oder sowas, die programmiert werden soll. Mit der Idee, dass wir da quasi die Leute, die gründen wollen, eine gute Idee haben, auch zusammenbringen. Und sich gegenseitig auch befruchten und dann, wenn tatsächlich eine Idee sich als gut erweist, wo die Leute sagen, Mensch Chaka, wie da glaube ich dran, wie da gründe ich jetzt. Dann geht es praktisch in den dritten Baustein. Das ist der Inkubator, das sind dann kleinteilige Büroräume, wo Sie quasi Ihr erstes Zuhause dann finden, eigene Räumlichkeiten haben. Und wenn Sie dann aber weiter wachsen, dann können Sie in die anderen Gründer-Zentren gehen, sei es TGZ, sei es IGZ oder sich irgendwie auf einen freien Markt oder eigene Räumlichkeiten suchen. Aber das klingt eigentlich richtig professionell. Also wenn man sich das mal anguckt, da ist Würzburg ja dann wirklich so ganz vorne mit dabei eigentlich. Das ist ja eine super Laufbahn auch für die Start-ups. Das ist ja erst die Idee, dann ein bisschen ausprobieren, dann Inkubator und dann sogar hat Würzburg gleich die weiteren Institutionen, wo sie dann danach hingehen können. Also eigentlich, wenn man jetzt mal das so überlegt, dann braucht eigentlich Würzburg sonst nichts mehr, oder? Würzburg ist dann fertig und wir werden der Gründer-Standort. Oder gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, naja, können wir vielleicht doch noch so ein bisschen was verbessern? Grundsätzlich stimmt das schon. Ich glaube, mit dem ZE füllen wir tatsächlich die Lücke, dass wir aus den Hochschulen, wo hauptsächlich die Gründung, die Hightech-Gründer herkommen, die Leute irgendwie zum Gründen bringen. Was ich glaube, was wir auch in Würzburg ganz gut hinkriegen und was wir natürlich jederzeit immer noch verbessern können, ist, wie wir diese Zusammenarbeit von allen Leuten unterstützen. Genau das, was wir mit Gründen in Würzburg schaffen, irgendwie, dass wir da mit IHK, Stadtkasse, mit den ganzen Gründer-Unterstützer, wo wir irgendwie zusammenarbeiten. Und das ist das Tolle an Würzburg, irgendwie, dass wir tatsächlich diese tolle Gründer-Unterstützer-Community auch haben, die gut zusammenarbeitet. Und ich glaube, irgendwie so, da können wir noch weiter daran arbeiten. Heute haben die Leute den Finger gehoben, ein paar Kanten in Würzburg gründen in Würzburg immer noch nicht. Hat mich so verstaunt. Ja, das gibt es doch nicht. Hoffentlich. Das machen wir wahrscheinlich. Ja, hoffentlich. Das ist ein Projekt 2000. Wir müssen den ganzen Richtigsten haben. Wir hoffen, dass das immer bekannter wird. Und ZE ist halt auch ein Hauptschneider davon. Ich schätze mal, wir haben irgendwie ganz coole Örtlichkeiten da oben, wo wir irgendwie auch Leute einladen, Menschen, wenn ihr irgendwie eine Meetup-Gruppe habt, euch mal treffen wollt zu einem bestimmten Thema, steht das ZDI offen. Wir wollen irgendwie den Gründern eine Plattform bieten, eine Möglichkeit, Räumlichkeiten sich auszutauschen. Von daher hoffe ich, gibt es in Würzburg nochmal so ein bisschen Boost, irgendwie auch für die ganze Szene. Aber ansonsten sind die Gründer-Unterstützer-Strukturen hier schon wirklich sehr gut. Und ich hoffe, wir haben auch die Zusammenarbeit mit anderen Strukturen, mit jetzigen Wirtschaftsmoduloren, dass die mir auch noch mitmachen und nicht noch einen zweiten Gründer-Preis, einen Startup-Preis machen. Aber dass man so richtig so eine Plattform schafft, wo wirklich alle dabei sind und jetzt eine Anlaufstelle für die Gründer, wenn die dann sagen, hey, was geht gründermäßig, was geht start-up-mäßig in Würzburg, dann gehe ich zu Gründer in Würzburg. Und dadurch kriege ich eigentlich alles in meinem Backup mit der Stadt natürlich, das ist schon gigantisch. Wenn, so jetzt eine abschließende Frage, gibt es irgendeinen Tipp, den du Gründern gehen würdest? Also nicht, was man jetzt verbessern muss, sondern einfach so einen allgemeinen Tipp. Wenn wir das jetzt die Gründer ansehen, gibt es irgendetwas, was du eben so zugrufen würdest, was so die Lager können, machen sollen? Für ihre Idee brennen, wie war das das Wichtigste? Einfach, dass die Gründer an ihre Idee glauben und ansonsten einfach die Strukturen nutzen, die auch da sind. Es sind viele Leute da, die sie unterstützen, helfen wollen. Netzwerk nutzen, also das ist ein extrem wichtiges Teil oder Baustein mir bei, wenn ich Gründer bin, mich vernetzen, offen über meine Ideen reden, Kontakte aufbauen, weil das hilft einfach ohne unglaublich weiter. Dem kann ich nur zustimmen und ich kann nur sagen, nochmal, vielen, vielen Dank. Das hat er nicht getan. Ja, natürlich, aber das tut es nie. Ja, das tut es nie. Es kommt, dass man nachher ist. Die du fertig machen, ja, und die Kommentare kommen und jeder sich's anguckt. Vielen Dank für die Zeit und dass du hier mal erzählt hast, so ein bisschen über das ZDi handeln will ich bis jetzt noch nicht. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig, dass wir dafür auch Werbung machen und ich glaube, einen besseren Botschafter für Gründen at Würzburg als ich, den finden wir ja schon fast gar nicht mehr. Also vielen, vielen Dank, auch weiterhin für deine Unterstützung und euch vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr mehr wissen wollt über ZDi, über Gründen at Würzburg und die Initiative, so findet ihr unter der Beschreibung zu diesem Video alle Informationen, alle Links, deswegen klickt es an. Und ja, wenn ihr irgendwelche Kommentare habt zu diesem Video, irgendwelche Fragen an ihn, dann schreibt es auch in die Kommentare und dann melden wir uns sehr schnell bei euch. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.